Heute stelle ich euch vor die Künstlerin Kerstin Bretsch, die in Kassel im Museum Fredericianum das Café künstlerisch gestaltete. Sie erinnern sich sicherlich an die grüne Greta von Alexander Drücken, die stand auf dem Dach und war auf dem Trottoir. Sie zeigten das Treppenhaus, das Panorama und die neue Gestaltung von Kerstin Bretsch für die Rotunde. Für mich als Malerin sehe ich den Ort wie eine Art Erweiterung der Malerei, die sich natürlich mit den einfachen Mitteln der Malerei beschäftigt, wie Licht und Raum und Zeitlichkeit und der Besucher, das sind sie, aktiviert diesen Ort. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ich danke für deinen Besuch auf meinem Kanal, fürs Zusehen, die Doris.